Ein Mercedes-Benz E 200 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 10.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Szenonscheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 184 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017